Ich darf Ihnen beide Kämpfer vorstellen. In der Rotnecke, er ist 22 Jahre alt, 1,83 Meter groß und wurde gewogen mit 80 Kilogramm. Er kommt vom Nubia Sports aus Mainz und er wird betreut vom damtierenden ISKA-Europameister Thilo Schneider. Seine Kampfbilanz, 20 Kämpfe, 15 Siege davon, 3 durch Knockout, Moritz Bierhoff. Sein Gegenüber in der Blaunecke, er ist 27 Jahre alt, 1,90 Meter groß. Er wurde gewogen mit 81,5 Kilogramm. Er wird heute Abend betreut von Thomas und Andreas Fassmann. Er kommt vom Santi Tiger Box Gym aus Darmstadt. Seine Kampfbilanz, 14 Kämpfe, 9 Siege davon, 7 durch Knockout, Samuel Mesfohn. Aplausos Eine kurze Änderung auf der Fallkarten. Auf dieser Kampf findet statt nach K1 Rules. Er geht über drei Runden nach drei Minuten. Regenfrei zur ersten Runde, Round 1. Halt! Halt! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.